Hallo, ich bin Tichana von Portun Immobilien. Heute zeigen wir Ihnen ein Wesen, das sich in attraktiver Lage in der Nähe von Motuln, Oppertal und Livade befindet. Dieser Stil Istrians ist für Trüffeln wunderbarer Natur und fantastisches Essen bekannt. Unweit der vorgenannten Reiseziele gibt es eine Immobilie an einem Steilhang, die jeden Steinhausliebhaber, der eine toplange mit kompromissloser Aussicht sucht, begeistern wird. Dieses Wesen besteht aus einem Haus, das sich auf einem Baugrundstück von ungefähr 705 Quadratmetern befindet und einem Grundstück, das sich über mehr als 1350 Quadratmeter ersteckt. Das Haus selbst liegt im nördlichen, oberen Teil des Grundstücks, wo man einen fantastischen Blick auf die umliegenden Hügel, Teile und auf Motulwohnen hat. Das Steinhaus stammt vermutlich aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wurde in den frühen 2000er Jahren kanzoniert. Aber diese Erpassung wurde nicht professional durchgeführt, sodass das Dach aufgrund starker Regenfälle einstürzen und das Haus jetzt halb ruiniert ist. Deswegen benötigt dieses Haus eine komplette Renovierung, hat aber ein großes Potenzial. Die Lage ist ideal für den Bau einer Steinvilla mit Infinity Pool und wunderschöner grünen Garten. Haben Sie auch eine Immobilie in Istrien zu verkaufen? Kontaktieren Sie uns! Sie finden unseren Kontakt auf unserer Website unter dem unterstehenden Link. Danke für Zuschauen und bis bald! Danke für conceived! Begreet